ja willkommen leute ich habe mir jetzt auch project sombeut geholt das werde ich jetzt ab und zu mal spielen das wird ein längeres projekt je nachdem wie sich das spiel sich so entwickelt während der alpha wir spielen jetzt die alpha version 0 2.9 genau die aktuelle ja aktuelle nicht stabile alpha version genau ich habe das spiel ist noch nicht gespielt doch einmal habe ich es mal gespielt da wusste ich aber nicht was das war die demo so survival sandbox ist das nur in englisch anscheinend ja so also server name jk jokenshaw.de so timothy es können wir uns einen charakter und namen aus ne voren name voren name so vornehmen erster name nach johnson wie heißt nach einem joke gender ich bin natürlich männlich was soll in der scheiß ach so ok anklicken so body type ich sehe zwar nix wenig sieht man kann ja eigentlich gar nichts aussehen bei die zeit geht nicht so drehe ich mal drehe ich drehe ich hallo so welche haben wir nehmen wir sind glatzkopf na toll herzeit kann ich nichts aussehen ok bart typ auch nicht komisch es können wir uns das geht aussehen was nehmen wir denn hier feier officer police officer park ranger was kann der autos man not affected by harsh weather conditions extra orienting ability also wenn es halt regnen stimmt macht es ziemlich x construction worker macht baut schnell barrikaden auf ok less chance of scratches bisschen und kratzer dann beißen security guard was kann der christian sleep stays extra alert then even when sleeping also du brauchst nicht viel schlafen wenn du schläfst dann ja hat er immer ein auge offen improved gun accuracy quick reloading x-men double speed breaking through doors with the axe fast axe swing ich weiß nicht entweder den construction worker security guard den wir mal als security guard die hier nicht beim schlaf getötet werden so jetzt können wir unsere hier treats auswählen du bist less prone to become panicked strong ok extra knockback wir können mehr tragen ok need to eat less require any weniger essen ok patient doesn't get drunk easily ok beziehungsrate higher visibility hmmm larger perception radius dauert ich weiß nicht nehmen wir mal das hier ist strong achso wie was heißt minus 6 points to spend minus 6 was heißt das kann ich jetzt keine mehr auswählen oder was wenn ich jetzt sag ich will jetzt ähm 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 vielleicht noch was zu haben dann geht gar nichts mehr oder was ich kann das gar nicht mitnehmen hm ok ich muss ja das punkt hier verdienen äh dann mal los puh ich finde gut an these are the end times es gab keine Hoffnung auf überleben was das ist wie du gestorben bist wie ich bin gestorben geh mal weg so was hat es sich so ein survival horror rpg game somit wir erst die kümmerung zu wegen mit is inventar öffnen geht da ruhig ach doch hier oben peter allens inventory äh wir haben ja nichts so und jetzt verurteilt mich nicht denn ich spiele das spiel seitdemo zum allerersten mal wieder und ähm ich kenne mich da jetzt nicht mehr so gut aus ja loot all da habe ich ja gar nichts mach die scheiß Tür zu und wir haben nachts so wie es aussieht ja richtig cool ah wir haben peanut butter was kann man denn alles tragen hier acht stück frying pan fork ok wir nehmen wir nehmen wir nehmen wir nehmen das hier den fork hallo grab equipped primary das haben wir jetzt primär für equipped und wir nehmen noch ja richtig erst mit so jetzt hör mal auf hier zu looten und dann das mal ja hier raus jetzt wollt ihr gerade upgrade oder was ja wir müssen ach wir haben gar nicht nacht das war nur vor bevor okay so was haben wir hier drin nichts kommen wir so ein bisschen vor wie wie so ja so daisy bisschen du alleine und von oben gesehen mach mal auf okay oh fuck richtig fertig zombies auf c können wir was gucken ah ok skills und geben jetzt blutstein nein wie greift man an hey wie greift man an Ah, okay. Ich darf mal den Zombie so ein bisschen rumeiern, während wir was erkunden. Auch zu. Leck mich doch im Sack. Was willst du, Mann? Ich schubst die weg, ich stech die ab. Ja, die Schlampe, die nicht sterben. Hä? Run! Renn weg, Junge, Renn weg. Gegen zwei haben wir keine Chance. In dem seit, 10 Minuten 50. Okay. Aber darum noch eine Leiche. Wir haben sie abgehängt. Hoffentlich, dann können wir ja. What the fuck, da sind viele Walker, aber richtig viele. So, komm her, du Schlampe. Hey, ja. Oh, fuck. Wir rennen weg, wir rennen weg, wir rennen weg. Man, wenn ich dämlich. Oh, je, je. Wir können uns auch sehen. Ah, da oben, wir haben Panik. Ah, weniger, weniger Treffgedurchkeit. Super. Alles abgeschlossen. Was soll denn das für ein Haifa sein? Ah, oh, richtig gut. Nix. Und jetzt wird es Nacht, oder was? Oder wieder Vorko vor? Eine Dusche. Schön aufs Töpfchen. Was haben wir denn hier? Ah, ein Sofa. Ach, nee, du. Wer hat denn denn so, bitte? So ein Haus. Oh, eine Wäste. Die graben wir natürlich gleich. Und Sheets Papier. Habe ich die jetzt an? Peter Allen Superman. Oh, ja. Ich könnte Wester ziehen. Equip Primary. Well. Richtig gut jetzt. Horrors, wie ist es super aus. Item. Ripped Bandages. Jetzt können wir daraus Bandagen machen. Okay, acht Stück. Schön zu wissen. Gehen wir was hier drin? Oh, yeah. Ähm. Das nehmen wir mit. Okay, Whisky ist. Ein Whisky. Oh. Ich habe eine... Oh Mann, bin ich behindert. Ich habe eine... Es tut mir leid. Ich habe eine Gabel mitgenommen. Nein! Oh, hör auf. Alles zu looten, du Sackgesicht. Ich habe echt eine Gabel mitgenommen. Ich nehme die Gabel als Waffe. Dann nehme ich doch lieber ein Buttermesser. Ich nehme eine Gabel als Waffe. Boah, Zombie. Ich möchte dich essen. Ah. Fuck. Fuck off. Dann voll viele. Kann man sich hier... Ach, du Scheißen. Kann man sich hier irgendwo schleichen? Ja, irgendwo irgendwie. Ich spüre mein Buttermesser. Oh. Ein Buttermesser. Überall genau. Ich spüre mein Buttermesser. Ich reihe die überweg. Denn ich möchte noch überleben. Nein. Sie haben nur ein Buttermesser gesehen. Verpisst euch, Mann. Sonst kriegt ihr Zorn beim Buttermesser zu spüren. Ja, verpisst euch. What the fuck? Leute, wir brauchen irgendwas. Wir haben Hunger, oder was? Nee. Ich muss jetzt mal unbedingt überlegen, was ich eigentlich hier mache. Ich muss doch irgendwie reinkommen. Oder irgendwie ist es irgendwie... Was sind wir denn hier? Ach, du Scheiße, wie viele? Ach, du Kacke. Motherfucks. Was sind wir denn hier? Unser Haus, oder was? Ja. Ach, Scheiße. Aber doch, das war unser Haus. Doch, das war unser Haus. Äh, Radish Seeds Packet Item. Damit können wir pflanzen. Ja, pflanzen. Ein Dosenöffner. Können wir die essen? Ja. Lecker. Erdnuss, Butter. Ich hab Hunger. Nee, ich hab gegessen. Die trägst du mich so in die Tür rein. Na ja, pisst euch. Verratende Medu. Ich dachte mal, ich stech dir. Oh, fuck. Ich stech dir ab, so Wüchse. Hörte das? Schön mit einem Butter-Meser. Ah! Von hinten. Die alte Gertrud. Die alte Gertrud. Ich renne mal nach oben. Nee, nach unten. Bessere Idee. Wir suchen was viel besseres. Wir brauchen Holz. Wir brauchen Wachen. Die besten Schusswaffen, falls es hier welche gibt. Und das lächerliche Butter-Meser muss noch ausgetauscht werden. Ach du Scheiße. Ach, super. Ja, da war auch eine Leiche drin. Ihr dreckigen Säcke. Ich muss, ich muss irgendwas hier machen können. Ihr dreckigen Kanalraten. So, gehen wir jetzt hin. Oh, ne Farm. Ja, das ist natürlich, könnte man vielleicht eine Hunting-Rifle finden, falls es sowas in dem Spiel gibt. Irgendwas Tolles. Ach, du Scheiße. Übertreibst, Salz. Ihr Arschlöcher. Ah! Ihr Aflachs. Verpisst euch. Oh, verdammt. Ach, du Scheiße. Ich renne erstmal nach hier unten. Schnell reinfahren. Tür zu. Es gibt keinen anderen Ausgang nach Leckmilch. Ach, ein Bettchen. Vielleicht kann ich mich hier auch verstecken. Ach, komm, Gürtel bringt mir nichts. Antidepressiva. Okay. Grab. Ich schmeiß die mal ein. Antidepressiva. 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 Ach, egal. Nein! Die kommen von dem Fenster. Nein! Nein! Die haben mich gefressen, ach, du Scheiße. Sechs Stunden überlebt. Ach, du Kacke. Ich übertreibst halt. Hahaha.